Das Wetter hat sich in der Pause leider nicht verändert. Es geht regnerisch weiter in Hälfte 2. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Nun Willian. Victor Moses. Wird das eine Torchance? Sie suchen die Lücke. Hazard. Hazard mit dem Tor. Da hat er keine Zeit zu überlegen und er tut instinktiv das Richtige. Ja, nur so konnte er an den Ball kommen und mit etwas Glück und viel Geschick macht er dann hier ein Traumtor. Jetzt steht es hier 2 zu 1. Eine enge Kiste. Jetzt müssen sie aufpassen. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Riyad Mare. Er holt den Ball hier ganz stark. Mondi. Da setzt er sich gut durch. Sehr gut aufgepasst. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Super gelöst. Super gelöst. Den Ball hat er. Edna sah jetzt. Es sah so aus, als kämen sie durch. Aber jetzt ist der Ball weg. Wird es jetzt gefährlich. Drinkwater. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Das macht er gut. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Er zieht all seine Wechseloptionen auf einmal. Das zieht man auch nur sehr selten. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das muss der Ausgleich sein. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Das Tor hier also zum Ausgleich. Und jetzt ist ihnen alles zuzutrauen. Da macht er das Tor mit richtig viel Gefühl im Fuß. Er streichelt das Ding. Ein super Treffer. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2 zu 2 passiert. Cahill. Cahill. Aspilicueta jetzt. Jetzt Matic. Conte. Da kommt der Pass auf außen. Victor Moses. Sie geben Gas. Sie wollen die Führung erzwingen, aber nicht in dieser Szene. Sie nehmen die Führung. King. Fuchs. Wabi. Gutes Tackling Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie Sehr gut reingespielt Mit der Flanke hat der Verteidiger kein Problem Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen Jetzt David Luiz Nun Willian Das könnte die Chance werden Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit Freistoßentscheidung gegen Scherzi Gibt's jetzt die Gelegenheit Und Jego Costa Da passt er auf King Und jetzt gehen sie über die Flügel Sie bieten sich an Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen Gelbe Karte jetzt für David Luiz Oh, hier sieht man's nochmal ganz deutlich Die Grätsche war alles andere als optimal Der Schiedsrichter werte dieses Einsteigen Diese Grätsche richtig Können sie jetzt einen Angriff aufziehen? Sauber von Vardy Den hält er super Das war eine wichtige Parade Wäre sonst der Rückstand gewesen Die Chance per Kopf Slimani Macht er ihn Er holt er Auf der Linie 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 samson und die ball hat er sich geholt momentan passiert hier nicht so viel scherz sie bemüht aber noch fällt das tor eben nicht jetzt müssen sie aufpassen das ist die führung und so kurz vor schluss müsste es das eigentlich sein ein ganz ganz wichtiges dort das wissen sie natürlich so jetzt können wir uns den treffer noch mal genauer anschauen diesmal aus einer anderen kamera perspektive 3 zu 2 da ist alles drin freistoß und er hat auch schon geld da muss er doch besser aufpassen noch liegen sie vorne aber nach dem platzverweis wird es natürlich schwer es muss jetzt darum gehen die grundordnung zu halten dann reicht das vielleicht na also den ball hat er jedenfalls nicht zuerst getroffen das zeigen diese bilder dann doch relativ deutlich richtige entscheidung hier das sehen wir ganz deutlich da holt er den ball zurück war die der ball geht knapp daneben und das könnte sich noch rächen ja mit dem treffer hätten sie ihre lage schlagartig verbessern können viktor mosses so das spiegelt jetzt in die entscheidende phase passiert hier noch was buschi auf jeden fall ist es extrem eng und spannend und die fans merken auch dass jetzt noch mal unterstützung gefragt es wird noch mal lauter auf den rängen vier minuten nach spielzeit wird es geben und schon ist die hoffnung zurück und die fans hätten den abweg lieber früher als später aber noch sind wir nicht durch drinkwater vielversprechende spielaufbau ob sie den wahrscheinlich letzten angriff zum ausgleich drinkwater das war die chance zum ausgleich buschi aber er macht ihn nicht und hier sehen wir auch warum sie hinten liegen buschi ja die statistik zeigt ganz deutlich sie sind nicht effektiv genug im abschluss da bringt es auch nichts wenn du häufig aufs tor geschossen hast der schiedsrichter beendet das spiel das ist der sieg für chelsea das spiel war heute richtig gut fand ich und das ist nicht selbstverständlich bei diesen wetterbedingungen ja sie haben sich davon überhaupt nicht beeinflussen lassen und für die fans vor allem eine klasse partie abgelehnt wie hast du die leistung von million heute gesehen ganz wichtiger mann bei diesem tollen sieg sein tor hat den ausschlag gegeben da hat er mal wieder gezeigt was er drauf hat er pfeift elfmeter jetzt liegt vor allem an den kreativen hier meine idee zu händen viktor musik sie suchen die lücke das könnte der gelegenheit werden das muss der ausgleich sein der ball ist im tor sie sind zurück im geschäft sie jetzt einen angriff auf 10 sauber war die den hätte er super jetzt müssen sie aufpassen noch liegen sie vorne aber nach dem platzverweis wird es natürlich schwer es muss jetzt darum gehen die grundordnung zu halten dann reicht das vielleicht sie es ihnen sie 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 Untertitelung des ZDF, 2020